Jetzt alle voll Nude. Nee, nee, voll Nude. Dann BANN! Das war nicht umgefallen. Sehr starke Runde, so Ali. Vampire, witch, true. Ich kann mir gut vorstellen, dass Serini Rieke töten wollte, nur auf Pink geschossen hat. Ende. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Also ich hab jetzt einfach mal reportet, ja. Also er ist einfach vor uns umgekippt, ich kann, ich hab keine Infos. Ist die große Rolle? Na ja, vielleicht. Ja, ich bin ja nicht gut. Du verursachtest ihn, weil er ehrlich zu dir ist? Ich wollt grad sagen, Serini vertraut den Frauen nicht. It's a trap! Was ist das denn? Aua! Bitte. Nein, nein, tut das nicht. Nein. Weil Serini durchs Handy geguckt, ist nichts gefunden und trotzdem verurteilt. So. Kaputti Ich glaube Wo? Du hast Uwe Uwe liegt An dem Bora Sirene habe ich zuletzt Von dort kommen sehen Wait, Sirene ist auch tot? Ja War Sirene nicht mit dir in Lab-Sternchen? Ja, ich glaube auch Sirene war da, du warst auch da Ich bin im Specimen Nee, nee, war ein Specimen, nee, nee, nehme ich für beide Kids raus Außer sie hat Sirene oben in der Deacon getötet Du bist doch links gewesen Drei Kills und Rune war auch noch ein Specimen Rune war auch da Aber du bist Wie bist du denn in Specy reingekommen? Ja, das ist egal Du willst mich töten, ne? Ich habe dich gevotet Habe ich einfach so gemacht Du bist doch links gewesen Nein, 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 ich habe gesehen Weißt du, was du gemacht hast? Als Uwe in meine Richtung gelaufen ist Bist du in meine Vision reingedodged Sirene, warte mal Sternchen hat gerade eine Stimme Sie sagt zu 100% die A-heit Hörst du das nicht raus? Ja Ja, lass uns mal weiterreden hier Hä? Sie sagt, ich erkläre sie doch auf Wo ich hingegangen bin Au, au, au Halt den Maul Wie bist du denn Du bist von links nach rechts gekommen Ich bin auch da Guck mal, na, ja Du bist, du bist An mir vorbeigelaufen, Sternchen Und über uns war Sirene Aber du bist doch wieder nach links gelaufen Nein, bin ich nicht Ich bin in den Specimen rein Und Kuwe stand Nein Sirene stand an der oberen Diekund Das heißt, Sirene könnte von Nene getötet worden sein Eventuell unter ganz besonderen Umständen Dann wärst du wieder raus Nein, ich habe jetzt nur noch vorher In, äh, Specimen Bevor du reinkamst War ich mit der Rune Ja, es geht um danach Danach bist du rechts hochgelaufen Genau, du bist rechts hochgelaufen Ja, jetzt gerade erst Ja, ja, ja Ich bin noch nicht mal oben angekommen Das weiß ich eben nicht Ach so Darum ging's ja Du könntest Das meinte ich Du könntest Sirene rechts oben getötet haben So, ich schreibe Ich teste in den Chat, Alter Ja, ich meine Ich meine Ja, die Ah, nee, 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 nee Nein, ich würde Nein, nein, nein Ey, ich Ey, jetzt würde ich dich so gerne voten Ich würde diesen AF-Chaos reden Ah, nee, nee Ich würde nicht sagen, ich bin der AF-K Aber selbst wenn es so ist, musst du das nicht sagen Doch Sag ich Wenn ich ein Messer habe, dann steche ich rein Habe ich nicht Wer ist der Sheriff? Bruno 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 Hallo, komm mit Bruno, komm mit Bruno, komm mit Komm mit Bruno, komm jetzt mit Bruder, bist du komplett verwirrt Komm mit Okay, fuck Bruno ist kein Sheriff Naja, ich bin gleich tot Der wird mich töten Oh, Rieke ist hier Rieke könnte Killer sein Sie könnte mich aber rausgessen Vielleicht will sie mich deshalb nicht töten Warte, ist sie Ist sie Sheriff? Rieke Hallo, Rieke Komm mit Rieke Rieke, hör auf die Tastung machen Komm mit Rieke Rieke, komm mit Komm mit Komm mit Ja, komm mit Ja, komm mit Komm mit Rieke Rieke, komm mit Komm mit A few moments later Rieke, bleib doch mal stehen Ja, jetzt bin ich am Arsch Rieke, wo bist du? Ich hab mich wegen der Tod gewiggelt Ich habe eigentlich noch eine Frage So an niemand In der Runde, wo du O2 warst Hast du da alle Tasks gemacht? Nee Eben nicht Welche hast du nicht gemacht? Ja, Müll Obviously Ah, okay Ja, du standst als Kind zu am Müll Deswegen Ja, ihr wollt ne machen Aber ihr vergesst, dass wir ne machen können Ich hab's drei Mal probiert Ja, ich würde einfach Aurel voten Everybody Oree, mach den Alpaner Dann könnten wir Rieke hier auf dem Major guessen Rieke ist nicht mehr Ja, sie ist Sheriff Nee Nee, sie kann ja nicht. Sie ist Sheriff. Kann nicht sein. Ich will sie das jetzt schon wieder wissen. Bist du da ein Crewmate? Hat sie dich geswiftet? Ach, ja, muss ja. Oh, chill. Ja, haben wir jetzt hier noch einen Gesser, der könnte... Wieso spielen wir denn Gesser-Mode, wenn ich kein Gesser werde? Was ist das denn? Denke ich mir auch die ganze Zeit. Ich höre jedes Mal, wenn die Leute nicht gessen, drastisch... Ich war kein Gesser. Doch. Ja, ist Maggie Crewmate? Rieke jetzt Sheriff? Bumms, fertig. Aus die Maus. Ja, votet Gäste raus. Ich habe ihr vier Milliarden Mal... Habe ich sie angewickelt. Damit sie mitkillen kommt. Nee, sie will erst Task machen. Müh, ich bin eine Vorzeige, Rieke. Ich weigere mich zu voten. Ja, das ist ja egal. Woher weißt du denn überhaupt, dass ich Sheriff bin? Das ist mir zu ernst. Ernstlich? Ganz einfach. Ähm... Runo habe ich auch vorher eine Stunde angewickelt. Natürlich habe ich die Info jetzt nicht getroppt. Oh nein! F**k! F**k! gut, Runo. Ich bin die Tantale geplantiert. Äh, Rieke, ich wiggel eine Stunde. Rieke, fand ich auch. Ich wiggel eine Stunde Runo an. Ich denk so jetzt, du sollst mitkommen. Ich glaub, du bist Sheriff. Er springt in den Event. Ich denk mir, fuck, weg von ihm.